Ja, schönen guten Morgen. Am heutigen Donnerstag, die nächste Ortsbedingung, es hat sich einiges getan und hier ist auch der Baucontainer für die Arbeiter, die das Ganze dann hier in die Wege leiten. Wie ihr seht, ist das ganze Gelände großflächig umzäunt bis hinten zu dem Parkplatz, der Druckerei, den ihr dort seht und unten das Gestänge des Käfigs für den sicheren Aufstieg. Der Druck ist jetzt auch farblich angepasst worden, sodass dort nur noch Matten oder ähnlich wie oben die Gitter eingehängt werden müssten. Ich denke mal, dass es dir demnächst mit der Rodung des Wäldchens losgehen wird, um dann im Endeffekt die Grundlage für alle weiteren Maßnahmen zu schaffen. Ich gehe mal noch ein bisschen näher ran. Heute kann ich ja nicht hinter den Zaun hier treten. Betreten für Klausis und Kinder verboten. So, zoomen wir da nochmal ran und dann sehen wir doch da unten die neue Farbe auf dem Käfig und das soll es dann auch mal für heute gewesen sein. Und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Glück auf! Vielen Dank!